Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig interessant. Ich stelle euch heute die neuen Famefighting 2 Challenger vor, denn Famefighting heißt jetzt ja Famefighting 2 und startet am 9. November exklusiv auf Bild Online. Da braucht ihr so einen Streamingpass, aber keine Sorge, ich werde selbstverständlich als zuverlässiger Boxmoderator euch hier auf diesem Kanal wieder unterrichten über die Ereignisse, denn auch letztes Jahr und dieses Jahr bei Famefighting Challenger habe ich für euch die Boxkämpfe kommentiert. Das war immer sehr, sehr unterhaltsam. Und natürlich mache ich für euch auch die gesamte Berichterstattung rund um das Thema Famefighting und da sind ja schon einige Konflikte vorprogrammiert. Gerade, auch gerade mit einer Teilnehmerin, die jetzt schon wieder für mächtig Gesprächsstoff sorgt, nämlich Valentina Doronina. Ja, sie wurde gestern offiziell vorgestellt vom Famefighting, für viele keine große Überraschung. Allerdings scheint sie jetzt auch den Vertrag unterschrieben zu haben und damit auch eine Bühne zu erhalten. Wir gucken uns das alles mal an. Ich stelle euch die drei bisher bekannten Teilnehmer auch noch vor und wir gehen auch in die Kommentare rein, denn ich hatte den Eindruck und ich habe eine lange Zeit in den Kommentaren verbracht, dass sich niemand, aber auch wirklich niemand über die Teilnahme von Valentina Doronina gefreut hat. Wenn man dann doch ein bisschen tiefer sucht, dann findet man aber auch einige nette Kommentare. Aber ich würde sagen, 85% haben hier richtig, richtig einen Brass auf Valentina und das schauen wir uns an. Meine Lieben, wenn ihr hier nichts mehr von Famefighting verpassen wollt, dann wird euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trashfamilie anzuschließen. Wir haben gestern auf diesem Kanal einen Meilenstein erreicht, 36.000 Abonnenten. Ich möchte euch vom Herzen danken. Dankeschön, dass ihr hier seid und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Eigentlich hat Valentina die Bombe ja so ein bisschen platzen lassen. Wir brauchen das Katzenreporter-Handy mit diesem Countdown, Big News. Und es war der gleiche Countdown, den auch Famefighting drin hatte. Von daher war zumindest die ersten 24 Stunden vor Veröffentlichung schon völlig klar, was kam. Hat man sich entweder nicht richtig abgesprochen, ich fand es ein bisschen albern. Aber gut, es war relativ schnell klar, dass Valentina jetzt als Kämpferin vorgestellt wird. Für alle, die sich jetzt wundern, hä, Danny, du hast doch schon vor Monaten darüber gesprochen. Naja, Valentina hat vor Monaten darüber gesprochen. Das war ja dieses ganze Thema mit Christine Okpara und Emmy, gegen wen sie denn jetzt kämpft. Und das war ja so ein Hin und Her. Und Eugen hat dann irgendwann mal gesagt, hä, Moment mal, die hat noch nicht mal einen Vertrag unterschrieben. Bis jetzt ist das zwar alles noch im Gespräch, aber es ist alles noch nicht entschieden. So war das alles. Das heißt also, die Kartoffeln wurden zwar schon gekocht, aber sie waren ein bisschen matschig. Und so kann man es beschreiben, ja. Dann folgte gestern, wie gesagt, große Verkündung. Valentina Durunina kämpft mit. Bevor wir uns das aber anschauen, gucken wir erstmal nochmal in die anderen Kandidaten rein. Einfach auch der Vollständigkeit halber. Hier haben wir erstmal Kevin. Kevin ist auch wieder mit dabei. Kämpfte sich quasi jetzt rein. Zitat, letztes Jahr überzeugt er mit einem Sieg nach Punkten und stellt sich dieses Jahr der neuen Herausforderung. Doch diesmal will er mit einem K.O. alle offene Fragen schließen. Er ist mit dabei. Dann habe ich mich persönlich ein bisschen gewundert. Tommy. Tommy ist mit dabei. Er sollte letztes Jahr schon kämpfen, aber es hat leider nicht geklappt. Umso mehr freuen wir uns über seine diesjährige Teilnahme. Er war französischer Meister im Schwimmen und Top 8 gerankt in der ganzen Welt. Nun hat er vor, bei uns abzuliefern. Wir sind gespannt. Bin ich auch sehr gespannt, wie Tommy im Ringen sich schlagen wird. Und vor allen Dingen auch gegen wen. Auch das ist nochmal ganz spannend. Dann haben wir ihn hier. Yogo. Der Gewinner vom letzten Jahr ist nun auch offiziell bestätigt. Auch er wird kämpfen. Zitat, er hat im November 23 den Hauptkampf des Abends gegen Alex Petrovic bestritten. Und mit einem brachialen Knockout gewonnen. Yogo will dieses Jahr genauso dominant auftreten. Ein dickes Ausrufezeichen setzen. Der Champion wert. Zitat Ende. War ein krasser Kampf, gar keine Frage. Und zu guter Letzt Teilnehmerin Nummer 4. Valentina. Doronina. Und da muss man wirklich schon ehrlich sagen, das ist keine große Überraschung gewesen. Und mehr Teilnehmer sind auch aktuell nicht bekannt. Also alle, wo so erzählt wird, die sind alle noch nicht offiziell vorgestellt. Die, die ihr jetzt gesehen habt, also die vier, das sind offiziell vorgestellte Teilnehmer. Hier schreibt Famefighting. Man hat sie beim Challenger im Ring gesehen, doch... Dort hat sie sich mit Emmi einen willenwerbeinen Schlagabtausch geliefert. Wir haben es dennoch nicht hinbekommen, wegen dem zu großen Gewichtsunterschied diesen Kampf zu realisieren. Zitat Ende. Also wir wissen definitiv, dass Valentina nicht gegen Emmi antreten wird. Das wurde hier nochmal bestätigt. Aber wir haben für sie eine neue Gegnerin gefunden, wo noch viel Klärungsbedarf herrscht. Es wird wild, so viel können wir euch jetzt schon verraten. Zitat Ende. Das hört sich noch gar nicht so fest im Sattel an, ehrlich gesagt. Wenn dann noch so viel Klärungsbedarf herrscht, dann hört sich das noch gar nicht so fest an. Also ich habe so den Eindruck gehabt, man lässt sich hier so ein kleines Aber offen. Aber das ist Valentina, die jetzt mitkämpfen wird. Auch Valentina hat natürlich eine Rede gehalten. Eine sehr kurze Rede geht maximal, ich glaube, 40 Sekunden. Die gucken wir uns kurz mal an. Und dann wird es aber richtig spannend. Denn die erste Klatsche hat Valentina schon vor dem Kampf bekommen. Nämlich von den Zuschauern. Weil wie ich schon gesagt habe, ich würde sagen, wirklich 85% wollen sie gar nicht sehen im Ring. Und das ist natürlich auch schon wieder, ja, eine, wie ich persönlich einschätze, jetzt schon eine Niederlage, bevor der Kampf losgelegt hat. Wir gucken uns mal, wir gucken mal uns ihre Vorstellung an. Endlich kann ich es endlich verkünden. Ich bin dieses Jahr bei Famefighting dabei. Im November. Und ich kann euch sagen, Leute, es wird einfach nur legendär. Also es wird einfach nur krass. Ich freue mich riesig. Ja, das ist natürlich so jetzt diese große Erwartungshaltung, die sie hier formuliert. Ich weiß noch gar nicht, ob es legendär und krass wird. Weil es ist zwar jetzt eine Gegnerin für sie zwar rausgesucht. Aber wie Olgen ja selbst geschrieben hat, es gibt noch eine Menge Klärungsbedarf. Also ob das alles jetzt schon so legendär und krass ist, wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, es ist jetzt erstmal alles bestätigt. Ja, das ist es schon. Ich habe den besten Trainer. Ich habe die beste Unterstützung hinter mir. Und deswegen, ja, let's fetz. Ja, let's fetz. So zumindestens Valentina. Und jetzt könnte man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch, Valentina, zu der Teilnahme von Famefighting. Wenigstens noch ein Format, was sich irgendwie für sie interessiert hat. Wir wissen ja, dass seit dem Sommer aus der Stars Valentina in keinem Format mehr irgendwie eine Rolle spielte. Wir haben sie dann allerdings nochmal bei Germany Shore Staffel 3 gesehen. Bei Staffel 4 soll sie auch mit dabei sein. Aber das ist ja so ein Paramount-Explosiv-Content, der trotzdem irgendwie auf MTV ausgespielt wurde. Aber ansonsten gibt es gar nichts. Ja, und ich glaube, das weiß sie auch. Und entsprechend verspricht sie sich, so könnte ich mir das forschen, eine Menge, eine Menge Zuspruch bei Famefighting. Die Fremdgeherin, Zitat. Denn, ja, ihr hört schon richtig, es wird provoziert von Alex Petrovic, der zwar noch nicht als Teilnehmer bestätigt ist, aber auch er gilt ja schon als fast sicher, dass er mitmachen wird. Und er schrieb unter dem Eröffnungsbeitrag von Valentinas Vorstellung folgendes Zitat, ist das nicht die Fremdgeherin? Und damit leistet sich natürlich Alex so einen kleinen Seitenhieb, weil er selber von ihr immer als Fremdgeher bezeichnet wurde. Und hier macht er schon mal ordentlich Stimmung gegen sie und meint natürlich auch die ganze Situation durch die Trennung von Can. Und hier wurde ja Valentina unterstellt, was aber nicht bestätigt ist, dass sie mit Damian Weiß von den Weisens frei, äh, frei, nein, fremdgegangen sein soll, bei den Dreharbeiten von Germany Shore 4. Der von dieser lange Vortrag, damit ihr das nachvollziehen könnt, das ist damit gemeint. Ob das wirklich so ist, das weiß man nicht, aber Alex scheint sich hier ganz sicher zu sein. Dann haben wir diesen Kommentar von Valentina selbst. Please hate me. Das wird ein Fest 256. Und das war so der Moment, wenn man eigentlich an einem so coolen Event mitmacht. Und die ersten Worte sind, please hate me. Und das die Daseinsberechtigung ist, dass man selber weiß, man kämpft eigentlich nur, weil der Name für negative Stimmungen sorgt, dann ist das schon wieder ein absolutes Armutszeugnis. Also das ist doch keine, das ist doch keine Leistung, dass die Leute alle eigentlich mögen und dass man deswegen an etwas teilnehmen darf, weil man nicht gemocht wird. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich will nicht gemocht werden. Das ist das eine. Aber so grundsätzlich, ich sag euch ganz ehrlich, ich finde, ich finde das wirklich, äh, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr für Valentina schade. Dann haben wir diesen Kommentar mit 31 Herzen. Scheißegal gegen wen. Hauptsache, die hält danach ihre Gusche endlich. Ähm, das wird, denke ich mal, so gemeint sein, dass wir hier Valentina schon seit langer Zeit über Famefighting reden hören und jetzt ist es halt dann endlich soweit. Dann haben wir noch diesen Kommentar. 40 Herzen. Das wird das größte Five-Konzert ever. Dann haben wir noch diesen. Hat sie nicht letztes Jahr noch rumgeschrien, wie unprofessionell Famefighting ist? Ach, so stimmt. Ist nun das einzige Format, wo sie noch stattfindet. Was stört sie? Da ihr Geschwätz von gestern. Und jetzt, der Kommentar ist so ein bisschen frech, gar keine Frage, aber er behinderaltet für mich auch eine Wahrheit, denn Tatsache hat Valentina letztes Jahr sehr schlecht über Famefighting gesprochen. Wir erinnern uns zurück, Can hat ja letztes Jahr gekämpft gegen Gigi, ein richtig guter Kampf, hat auch gewonnen. Allerdings war hier Teil des Kampfes auch Valentinas Gequäke im Vorfeld, wo sie halt wirklich über Famefighting und das schlechte Organisatorische über den Ablauf gesprochen hat. Ich muss dazu sagen, auch mir sind einige Sachen aufgefallen, die ich organisatorisch auch nicht gut fand, gerade wenn es auch um die Prüfung von einigen Kandidaten ging. Also da hat Famefighting noch eine Menge aufzuholen, da würde ich Valentina schon recht geben, aber es ist natürlich eine gewisse Doppelmoral, auf der einen Seite letztes Jahr über Famefighting abzuledern und auf der anderen Seite dann quasi für Famefighting in den Ring zu treten. Das ist damit gemeint. Wir haben noch diesen Kommentar. Ich hoffe so sehr, dass sie ihr Karma endlich mal bekommt, in Form einer ordentlichen Niederlage. Wer auch immer gegen sie Box gibt, alles, du schaffst das. Und dann geht es hier noch weiter mit Fremdgehen und dadurch Fame erhalten. Wie peinlich das sein muss, so eine Freundin zu haben. Aber hey, billig geht immer. Zitat Ende. Ja, ihr seht, also Valentina hat keinen guten Ruf und wir warten aber noch auf die großen Kommentare mit 102 Herzen. Zum Beispiel diesen hier. Und wenn sie verliert, bekommt die Gegnerin dann eine Anzeige und danach sind sie zusammen beim World Club da oben. Das ist so eine kleine Spitze gegen Gigi. Es ging ja damals um diesen ganzen Sommerhaus der Stars-Konflikt. Ich denke, ihr erinnert euch noch alle. Und da hat sie ja, so sagte sie ja, Gigi angezeigt. Und dann sah man sie aber jetzt vor kurzem ganz vertraut tanzen in dieser Club-Night-Geschichte. Es wurde zwar gesagt, ja, nee, stimmt nicht. Gigi ist nur mit ihr im Taxi zusammen hingefahren. Aber es tauchten danach ja noch Bilder auf, wie sie auch zusammen gefeiert haben. Also da scheint alles wieder im Lot zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Nicht so viel Drama für nichts. Und dann haben wir hier einen Kommentar mit 484 Herzen. Hoffentlich bekommt die ordentlich Backenfutter. Da scheinen viele Menschen ebenfalls dieser Meinung zu sein. Wir haben aber auch noch diesen Kommentar mit 138 Herzen. Ich sehe es schon kommen. Valentina hat abgesagt, weil ihr mal wieder was nicht gepasst hat. Und kommt dann mit einem Riesen-Statement um die Ecke. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass wir einen Kampf sehen werden. Und ich glaube auch, dass eine Valentina kämpfen wird. Weil auch wenn man über Valentina vielleicht ein bisschen, ja, mit einem lächelnden Auge berichtet, muss man ihr eins lassen. Sie trainiert schon ganz schön lange. Und das auch ganz schön zierstrebig. Also sie will hier definitiv einen Gewinn herbeiführen. Da bin ich mir ganz sicher, ob sie einen guten Kampf herbeiführen will. Das kann ich nicht beurteilen. Aber sie will auf jeden Fall gewinnen. Und das merkt man tatsächlich daran, dass wir eigentlich, also ich habe so das Gefühl, das Einzige, was sie aktuell medial hat, ist Famefighting. Weil das ist das Einzige, was wir zumindest mitbekommen, worauf sie groß hinarbeitet und wo sie halt wirklich auch selbst Gas gibt. Also ich habe schon den Eindruck, das scheint für sie etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein. Dann haben wir diesen Kommentar. Völlig egal, wer der aufs Maul haut. Hauptsache, es passiert endlich. 1090 Herzen. Das sind unglaublich, über was wir, über was wir Kommentare wir hier sprechen und wie die auch wirklich im Internet, ja, viral gehen, kann man schon sagen. Wir haben aber auch noch diesen Kommentar. Ich weiß nicht, gegen wen sie kämpft, aber ich bin auf jeden Fall im anderen Team. 659 Herzen. Es ist wirklich, wirklich krass, welche Antipathie Valentina hier bei den anderen Zuschauern, und das sind ja, denke ich mal, viele dabei, die Famefighting-Zuschauer auch sind, die sich hier so negativ äußern und wirklich keine Lust auf ihren Kampf haben. Im Übrigen, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, ihr Beitrag hat trotz allem 10.000 Herzen. Das muss man einfach mal hier so vergleichen. Also 10.000 Herzen hat Valentina. Als Vergleich, Diogo hat nur 5.000 Herzen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil Diogo ja schon eigentlich eine relativ große Fangemeinde bei Famefighting hat, durch seinen Gewinn und auch durch Forsthaus Rampensau. Wenn wir das mal hier mit ihm vergleichen, Kevin hat auch nur 5.000 Herzen und zu guter Letzt gibt es noch ihn hier, nämlich den lieben Tommy, der 13.500 Herzen hat. Das seht ihr hier unten links. Das heißt also, vom Beliebtheits-Ranking ist Tommy schon ganz weit vorne. Was mich hier bei Valentina einfach nur gewundert hat, sind diese 10.000 Herzen bei so vielen negativen Kommentaren. Also irgendwie scheint die Rechnung, zumindest was meine Social-Media-Erfahrung betrifft, nicht ganz aufzugehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass dann die Valentina-Fans, es scheinen ja mindestens 10.000 zu sein, einfach nicht kommentiert haben. Das ist halt auch sehr merkwürdig, aber wenn man sich die Kommentare anschaut und ich denke nicht, dass Famefighting positive Kommentare löscht, finde ich es schon sehr verblüffend, dass wir so ein Ergebnis haben, 10.000 Likes bei so vieler schlechter Kritik und bei einem Sympathieträger wie Tommy, wir letztendlich nur 400 Kommentare haben, aber 13.000 Likes. Also irgendwie stimmt das Verhältnis nicht und zu guter Letztes wäre auch nochmal ganz gut interessant, hier bei Diogo sind es 119 Kommentare und 5.000. Also irgendwie stimmt auch in dieser Social-Media-Analyse die Betrachtung. Für mich stimmen ja auch einige Sachen nicht. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was wir am 9. November sehen werden. Meine Lieben, ihr könnt natürlich mich hier maximal unterstützen auf YouTube, wenn ihr euch gut informiert fühlt, teilt gern dieses Video. Im Social-Media, ich denke mal, da gibt es vielleicht die eine oder andere Gruppe auch auf Facebook, wo man das Video teilen könnte, wo man das platzieren könnte. Ich sage euch eines, ich habe Bock auf Fame-Fighting, ich habe Bock auf die Kämpfe und ich versuche da auch und so war das ja auch die letzten zwei Male, als ich das für euch live kommentiert habe, auch wirklich den Kampf und nicht die Person in den Vordergrund zu schieben. Das ist natürlich bei einer Kämpferanalyse nicht möglich. Ja, wir haben ja noch nichts gesehen, das heißt, wir können ja erstmal nur über Sympathien und Antipathien sprechen, anders geht es nicht, aber sobald der Kampf beginnt und das habe ich ja auch damals auch bei Can gesagt, der hervorragend gekämpft hat und er war damals ja auch jemand, der sehr negativ vorbelastet war. Da würde ich aber heute Tatsache auch ein bisschen Valentina die Mitschuld geben, weil sie halt einfach bei der Presseveranstaltung, bei der Vorbereitung, im Social Media halt immer extrem drüber war, sich überall mit reingemischt hat und ich muss noch einmal betonen, Valentina hat letztes Jahr nicht gekämpft. Valentina hat auch dieses Jahr bei Fame-Fighting-Challenger nicht gekämpft. Sie stürmte halt irgendwann in den Ring, um quasi so eine kleine Show abzuziehen, zusammen mit Emmy. Okay, aber sie war nie wirklich irgendwie Teil dieser Show. Sie war immer nur die Freundin von Can, der Teil dieser Show war. Und der Boxkampf zwischen Gigi und Can, der war insofern heiß erwartet, weil Gigi ja im Sommerhaus der Stars mit Can schon zusammen aneinander geraten ist. Und das war der Punkt, warum dieser Kampf so einen großen, großen Hype erzeugt hat. Also meinen Livestream alleine und ich habe keine Bilder gezeigt. Ich darf auch keine Bilder zeigen, weil es ja ein Bezahlprogramm von Bild ist. Das heißt, ich selber kann mir den Kampf privat anschauen und ihn für euch live kommentieren. So habe ich es ja damals auch gemacht. Wir hatten über 120.000 Aufrufe auf diesem Livestream. Das war, glaube ich, mit eines der aktuell größten Videos beziehungsweise Themen, die wir hier auf dem Kanal betreut haben. Also Famefighting hat schon aus meiner persönlichen Sicht Potenzial, gerade wenn man sich auch so ein bisschen mit den Teilnehmern beschäftigt. Denn eines sollten wir nicht vergessen, auch wenn hier bestimmt alle Kämpfer und Kämpferinnen sich wirklich Mühe geben und wirklich kämpfen, sind dies alles dann doch zumindestens, was ich weiß, keine Profis. Das heißt, wir werden natürlich kein Profi-Box-Sport. Den sieht man nicht. Es ist schon alles ein bisschen Trash-Show-Fighting, aber trotzdem, also, davon heißt es ja auch Famefighting, aber trotzdem finde ich die Herangehensweise und die Ernsthaftigkeit vieler Teilnehmer richtig gut. Und es sind einige dabei, die hart trainieren und die dann aber natürlich durch dieses ganze negative Gesülze von einigen Teilnehmern, wo dann diese Kampf- und Trainingsleistung echt in den Hintergrund rückt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich möchte auch noch mal kurz an Alex Petrovic erinnern, der ja letztes Jahr auch so große Klappe hatte und dann Diogo ihn ja wirklich zack umgehauen hat und dann fing er dann an, irgendwie ihm zu unterstellen. Er hatte Substanzen genommen, etc. Also ein richtig schlechter Verlierer und Diogo hat auch bewiesen, das ist alles Quatsch. Er hat auch, glaube ich, einen Test gemacht und Alex hat sich da, er hat es auch irgendwann dann, glaube ich, auch selbst zugegeben, aber hat sich da einfach extrem unsportlich verhalten. Und das ist halt das, was wir hier auch sehen, während im normalen Boxsport schon man Siege gönnt, ist es bei Famefighting schon so, dass man auch sehr viel Drama mit dabei hat. Ich bin gespannt, wann das Drama nun offiziell in Social Media beginnt, da der Kampf am 9. November ist. Wir heute den 25. September haben, könnte ich mir vorstellen, dass das ganze Drama ja zum Oktober beginnen wird. Es ist auch ein bisschen Marketing, das Drama. Und ich glaube, das ist auch im Interesse von Eugen und vom Famefighting, wenn im Vorfeld zwischen den Kandidaten extrem viel Beef ist, damit die Leute natürlich sehen wollen, Zitat, sich aufs Maul zu hauen, Zitat Ende. Ich glaube, darum geht es dann auch bei vielen, dass dann so dieser eigene voyeuristische Anteil geweckt wird. Also, ich bleibe auf jeden Fall für euch bei der Famefighting-Berichterstattung dran. Ich werde für euch berichten, werde versuchen, für euch das alles so gut es geht, zusammenzufassen und natürlich auch die ganzen Streitereien, die im Social Media so herrschen. Aber aktuell ist es noch ziemlich ruhig, meine Lieben. Das soll es gewesen sein. Abonniert gerne den Kanal für weitere Trash-Highlights. Wir sehen uns heute aber noch einmal wieder um 14 Uhr mit einem weiteren Thema und das, meine Lieben, das wird richtig interessant. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss.